Herzlich Willkommen zum Feueroberbier im Stadthof am Barfieser Platz. Wir haben heute einen interessanten Gast. Es ist Richard Werlock, in Basel bekannt, denn er war über 20 Jahre künstlerischer Leiter beim Basler Ballett. Herzlich Willkommen, Richard. Ich bedenke mich, vielen Dank. Mein Name ist Martin Schilling und ich feiere heute durch das Gespräch. Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfie. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Heute führen wir das Gespräch in Standardsprache, denn Richard Werlock versteht verständlicherweise Standardsprache besser als Dialekt. Also nochmal herzlich Willkommen und meine erste Frage gleich. Du stammst ja aus Brüssel. Wirst du künftig das Basler Feueroberbier eintauschen gegen ein Pint in einem britischen Pop? Bleibst du in Basel? Ich bleibe in Basel und ich bin ganz, ganz ein stolzer Basler geworden. Ist natürlich, denn mein Sprach ist natürlich, man kann das Akzent nie ändern. Ist es dann sowieso so geblieben. Trotzdem, ich fühle mich dann wirklich dann so hier zu heim. Das ist mein Heim. Ich kann sowieso ein Pint in Puddies irgendwie so trinken. Natürlich dann, the roots sind the roots. Und bin ich dann immer ganz happy, wenn ich dann, ich habe immer noch so eine Mutter, ist sie dann 94, außerhalb von London. Ich bin immer ganz happy, wenn ich zurückgehe, nach London. Und ich bin immer noch happy, weil es dann nur an einem Flugzeug war knapp eine Stunde, zehn Minuten. Es ist dann wunderbar. Das Basel ist eine verknüpfte, wunderbare Stadt. Das wollte ich als nächstes fragen. Du bist jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre in Basel. So rückblickend. War das eine glückliche Zeit? Es war eine wunderbare Zeit. Und es ist dann immer so ein bisschen schade, man guckt und spricht über der Past Historic statt über der Zukunft. Aber es ist natürlich ein bisschen so ein Blick über, was passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und ich würde sagen, ich bin ein stolzer Künstler in das Theater Basel. Ich habe dann viel erlebt, viele tolle Dinge. Manchmal Dinge, das geht über finanzielle Kürzungen und sowas etc. Das kennen wir in der Kunst. Aber gleichzeitig bin ich ein Riesenambassador für die Stadt und natürlich für die Region und überall die ganze Schweiz. Wir haben so das Company von hier, Basel. Wir haben weltweit Tournee gemacht über die ganze Welt und das Name von Basel wird dann überall gebracht. Und das hat dir die Stadt ja auch gedankt. Du hast einen Stern im Basler Walk of Fame, gleich neben Roger Faber. Also es scheint eine gegenseitige Sympathie und Liebe zu sein. Absolut, absolut. Und ich glaube, wenn man, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn eine Stadt macht, die Arme auf und dann sagt, willkommen und dann soll ich starten. Und das war eine wunderschöne Welcome-Situation. Manchmal hat man in Englisch so eine Welcome-Matte, wo man vor der Tür steht, wo man die Beine und die Schuhe irgendwie so putzt. Das war nicht der Fahr hier. Der Fahr war wirklich Akzeptanz und es ist eben wunderbar. Das war ja nicht unbedingt vorauszusehen. Ich war etwas überrascht, als ich erfuhr, dass du ursprünglich Koch gelernt hast. Erst mit 16 bist du überhaupt zum Tanzen gekommen. Wie muss ich mir diesen gewaltigen Sprung vorstellen von einer Gastro-Küche auf eine Bühne mit Tänzerinnen auf Spitzenschuhen und Tütü und Tänzern in Strumpfhosen? Ich glaube, dass die Beide Beruf klingt und hat eine Verknüpfung. Die sind beide. Man muss dann so als Koch, ich war nicht wirklich ein Koch, ausgebildeter Koch. Ich war ein Aide-Cousinier und das heißt, ich war nicht irgendwie so ein Michelin-Star, überhaupt nicht. Ich habe dann auch als Tellerwäscher irgendwie so angefangen und dann ein bisschen Progressing zu machen. Aber was steht auf einem Menü? Auf einem Menü steht irgendwie verschiedene Fleisch, Salat, Fisch und etc. Es ist genau wie ich als kunstliche Direktor bringe ich ein Programm für das Kunst für ein Publikum vor. Man muss dann immer so, ich sage immer, Education und Challenge. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, es sind verschiedene Ingredienzien auf einem Teller und das ist ja auch eigentlich bei deiner Company so. Du legst sehr großen Wert auf Tänzerinnen und Tänzer, die unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Größen auch, ist mir aufgefallen. Kannst du dazu etwas sagen? Ich bin ein Mensch, ich bin nicht ein großer Fan von Intoleranz und ich bin ein großer Fan von Differenz. Und das heißt, dass jede Sorte die Möglichkeit, jede Kunde tanzen, nicht jede Kunde tanzen und Geld verdienen natürlich. Das ist eine ganz andere Situation. Aber ich bin sehr, sehr stolz über unsere Company. Wir haben so Diversity, man sieht in unserer Company und wir haben eine ganz easy Philosophy. Die Philosophy ist Respekt. Und der Respekt geht voneinander, egal von Sexualität, Religion, Hautfarbe und ganz besonders Respekt für den Direktor natürlich. Mir ist, ich habe mich etwas umgehört, was die Tänzer über dich sagen und etwas, was mir aufgefallen ist, sie fühlen sich bei dir zu Hause. Jemand hat gesagt, I feel a midday at home. Wie machst du das eigentlich? Du bist dann einfach in meinem Beruf. Ich arbeite nicht mit Maschine, ich arbeite mit Mensch. Und das war für mich immer so eine Bewegungsmethode, nicht nur Bewegung für Tanz. Diese jungen Tänzer und Tänzerinnen, die kommen von überall, die ganze Welt in unserer Company. Von Australia bis Amerika, Schweden. Ich glaube, wir sind ungefähr 15 verschiedene Nationalitäten. Ich bin sehr, sehr stolz darüber. Und das ist irgendwie so eine wunderschöne Verspiegelung für die Stadt Basel. Wir sind offen für alles. Und natürlich, die kommen hier für die Arbeit, nicht unbedingt erstmal für die Stadt. Und peu a peu haben wir reagiert, dass die sagen, ich liebe diese Stadt, ich bleibe dann hier. Nach 15 Jahren Arbeit mit mir zusammen, die Leute, die bleiben hier. Die gehen in ihre neuen Berufe und die bleiben hier in Basel. Und was ist denn besser als, ich bin Mutter, Vater, Stiefvater, ich bin Psychologist, ich bin der Liebhaber und alles, sollen wir sagen. Und ich habe dann viel erlebt mit jungen Tänzer und Tänzerinnen, dass die kommen und bringen ihre Familie zusammen und die Kinder zusammen. Und das ist natürlich als Mensch für mich, das ist ein wunderschönes Geschenk. Stichwort Heimat. Ich kann mich daran erinnern, es war eine Premiere. Du bist auf die Bühne getreten, der Applaus ist verebbt, es gab einen Moment der Stille. Und dann hast du gesagt, im Theater Basel sammeln wir nicht nur für die Ukraine, sondern das Theater Basel soll auch für ukrainische Tänzerinnen und Tänzer ein sicherer Ort sein, ein safe harbor. Kannst du das erläutern? Absolut. Und das war für mich, dass man muss dann, ich denke, man muss dann immer reagieren für die, wir haben ein tolles Leben, wir haben ein tolles, hier in der Schweiz, wir haben so wirklich eine privilegierte Situation. Und dafür von diesem Privileg sonnen wir auch die Möglichkeit, andere Leute mit den offenen Armen, und ich habe das akzeptiert von dieser Stadt, auch für die anderen, die, die haben, wie man sagt auf Englisch, those who have less, can become more from us, who want to offer. Und für mich, das war sehr, sehr wichtig. Und wir haben so jetzt in unserer Ballettschule, wir haben so zehn junge Tänzerinnen in die Schule angebracht, mit der Familie, die sind in Sicherheit, die sind in einer guten Situation. Und natürlich, die wollen hier, dass ihr Studium geht dann weiter, aber der Wunsch ist, zu Hause zu gehen. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Du hast einmal gesagt, eine Company sollte multitalentiert sein. Diese verschiedenen kulturellen Hintergründe, wie arbeitest du diese ein in eine Choreografie? Wie machst du das? Ich glaube, das kommt von einer von deinen ersten Fragen, ist natürlich, wie man baut ein Repertoire auf. Und erst mal musst du fragen, was braucht eine Stadt, wo es der Challenge ist für eine Stadt, für eine Region, was ist denn sehr, sehr wichtig? Muss man immer so sehr bekannte Stücke bringen und müssen wir auch dann auch Challenges bringen, das heißt, andere Choreografen und etc. Und das heißt für unsere Tänzerinnen und Tänzerinnen, dass auf einen Tag, die tanzen, sollen wir sagen, Schwanensee in einer modernen Version. Zwei Tage später tanzen sie in ein ganz anderes Milieu von Tanz, von anderen Choreografen. Das heißt, die müssen dann springen wie ein Aktor von einer Shakespeare und dann plötzlich in ein neues geschriebenes Stück. Und auch, dass unsere Arbeit hier in der Situation in Basel ist, dass wir müssen auch neue Stücke kreieren. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr wichtig. Und dafür braucht man wirklich ein Ensemble. Und wir sind ein Ensemble. Wir haben keine Hierarchie in der Company. Wir sind ein Ensemble. Das heißt, ein Pool of Talent. Und dafür ist dann sehr, sehr wichtig. Wir haben so Leute, die sind eine Stärke in eine Richtung und eine Stärke in die andere Richtung. Und ganz altmodisch. Man hat immer gedacht, dass bei der Tanz, die Männer müssen dann eben immer die Frauen heben. Und bei uns ist das ganz anders. Da muss immer so einen Wechsel geben. So die Frauen heben die Frauen und genau wie die Jungs die Jungs. Und dafür müssen die multitalentiert. Von einem Stück zum anderen zu springen mit verschiedener Choreografie. Du heust ja auch immer wieder fremde Choreografen aus der ganzen Welt nach Basel, die dann ihre Choreografien zeigen. Hat dich das selber beeinflusst? Hat das die Company beeinflusst, dieser ständige Austausch auch mit anderen Choreografen? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn irgendwie so einer Choreograf macht, die ganze Arbeit. Erstmal wird die Tänzer langgewahrt und das Publikum wird dann langgewahrt. Das ist immer sehr gut. Und eine gute, sorry, ich komme dann wieder auf die alte Situation, ein gutes Menü, ein gutes Speisekart. Und manchmal haben wir so einen riesen Hit, manchmal haben wir so einen etwas weniger Hit. Aber das zeigt, dass die Company hier, die sind bereit, alles zu machen. Mit einem offenen Publikum hier, was natürlich dann sehr, sehr wichtig ist. Das kann ich mir sehr gut sagen. Mir ist auch aufgefallen, dass deine Tänzerinnen und Tänzer oft in Straßenkleidung tanzen. Also weg vom Tütü und vom Spitzenschuh hin zu ganz normaler Kleidung. Meistens von denen alle, die haben das vorher gemacht. Die haben so in klassisches Ballettcompanies getanzt. Und ich habe dann viele Choreografien von mir selbst auf den Spitzenschuhen etc. Aber das ist genau wie jeder Maler, Picasso geht durch sein Blue Time, sein Pink Time. Und das ist genau wie ein Choreograf. Und ein Choreograf geht durch dieses Development. Das ist ein Development, weil ich denke, wenn ich aus jungen Choreograf, es war immer genannt in jeder Kritik, der junge, dynamische Choreograf Richard Warlock. Und jetzt bin ich dann in der Zeit jetzt, was ganz toll ist. Und dass da die Journalisten, die schauen das an, die sagen, ah, das ist ein Warlock-Stück oder das ist dann ein anderer Choreograf-Stück. Man hat so wirklich etwas geschafft, sozusagen einen Stil zu schaffen. Das würde mich jetzt noch interessieren. Was ist denn ein typisches Warlock-Stück? Was zeichnet deine spezifische Choreografie aus? Ich denke, wenn man fragt, einer von meinen Assistenten oder Assistentinnen, die würde sagen, zu viele Schritte. Alles so schnell und alles dann. Aber was ich denke, dass, wenn ich schaue über die ganze letztes Jahr, bei Handlungsballett zum Beispiel, da gibt es immer, und es gibt sehr, sehr viele Emotionen. Ich habe dann sehr viele Stücke gemacht, zum Beispiel mit Kletzmer-Musik. Ich habe dann auch sehr viel mit moderner Musik, auch die ganze klassische Musik. Und dieser Wechsel ist immer für mich dann sehr, sehr wichtig. Und für das Publikum auch und für die Tänzer. Sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass deine Kompanie sehr divers ist, sehr unterschiedliche Tänzerinnen und Tänzer, sehr unterschiedliche Zugänge. Trotzdem meine Frage, was ist für dich ein guter Tänzer, eine gute Tänzerin? Woran erkennt man einen guten Tänzer? Erstmal Ohren steif, Ohren auf, Augen auf und einfach zu respektieren, dass dieser Beruf ist einfach ein Privilege. Und es ist ein bisschen so, man kann sagen, man kann das sehen als ein bisschen militär, weil das ist dann sehr, sehr diszipliniert. Aber immer mit einem Human-Touch. Und mit diesem Human-Touch, das ist so, so, so wichtig, dass die Leute, die haben so wirklich eine Situation, weil die, die haben das Gefühl, die sind frei und die können Self-Expression machen und sowas. Und nicht irgendwie so umgehängt und die dürfen nichts sagen. Und bei uns ist es ganz anders. Jeder hat so ein Voice. Und natürlich, man braucht immer so eine Lieder, das irgendwie so zu dirigieren. Aber jeder hat so eine Voice, jeder hat so eine Spezialität. Und man muss das respektieren, gegenüber von beider Seiten. Jetzt, ein Tänzer hört ja auf zu tanzen, so Mitte 30. Und da steckt er eigentlich noch mitten im Leben. Ich habe gehört, du hast dir auch darüber Gedanken gemacht. Ja, natürlich, für mich, das war sehr wichtig. Ich sage, ich habe ein ganz interessantes Beispiel. Ich spreche jetzt immer über ein Loaf of Bread, ein Brot. Und ganz am Anfang, du hast dir die erste Schneiderei hier da und hast du Junge-Talent. Und in der Mitte hast du dann wirklich der Company. Und am Schluss hat man so wirklich die Leute, die sind in Transition. Und für die jungen Leute, ich habe dann sehr, sehr viel gemacht. Sehr, sehr viel. Und ich arbeite sehr, sehr stark für das Company natürlich. Und auch sehr, sehr viel für diese Transition-Period. Und ich habe ein Fonds aufgegründet für diese Transition. Für Tänzer, wie du gerade gesagt hast, die sind in die Älter von 35, 37, 38. Das ist immer noch jung. Ein bisschen so wie ein Fußballer, aber natürlich dann ohne das gleiche Geld. Und wir haben diese Fonds gemacht. Und jedes Ticket, was ihr im Theater verkauft für das Ballett, bekommt diese Fonds 50 Rappen. Und natürlich, je mehr Erfolg, das wir haben, je mehr Geld kommt in diese Situation. Und Privatleute, die können auch in diesem Fonds Geld geben. Und Privatleute haben das auch gemacht, weil die respektieren ganz genau, was wir machen. Gibt es denn im Theater Basel auch Beispiele für Umschulungen von Tänzerinnen und Tänzern, die jetzt vielleicht einen anderen Job haben? Absolut. Wir haben einen Bühnemeister, ist eine Ex-Tänzer, Arbeiter als Techniker. Wir haben so Leute, die arbeiten in der Kostümeabteilung. Wir haben einen Spezienten. Ein Spezienten ist dann jemand, der wirklich dirigiert die ganze Show. Und er ist auch eine Ex-Tänzer. Eine haben wir, jemand ist dann wirklich für die Buchhandlung, ist dann eine Ex-Tänzer von uns. Und ich versuche das immer so, dass wir haben so die Möglichkeit, in Theater Basel diese Leute noch zu behalten. Und die Entwicklung funktioniert sehr, sehr gut. Du hast ja jetzt einen langen Überblick über Ballett, fast über Ballettgeschichte. Es sind mehrere Jahrzehnte. Wie hat sich der Tanz, wie hat sich das Ballett in dieser Zeit verändert? Es war immer und wird immer so ein großer Kampf zu sein. Das Tanz hat immer so ein bisschen so der dritte Rad in einer Situation, immer der Situation gehabt. Ich merke jetzt, dass es dann besser geworden. Dann gibt es dann viel mehr Respekt jetzt für unseren Beruf. Früher, das war immer so, sollen wir sagen, post-Billy Elliot, das Film. Hat viel mehr Leute so wirklich dann anverstanden, wirklich dann was, was das bedeutet. Selbst komme ich dann auch von einer ganz anderen Situation, komme auch von meiner Familie. Die waren alle Bergarbeiter und Seemann und etc. Ich sehe einen Riesentattoo auf deinem Unterarm. Hört das mit deiner Familie etwas zu tun? Es war natürlich nicht so easy, wenn man sagt, ich möchte gerne, erst mal, ich habe das gesehen, dass ich war geboren in einer Stadt und ich habe dann gesehen, dass da die Leute, die bleiben, die heiraten, die haben Kinder, die machen ihre Education dort und die sterben dort. Das war nie für mich irgendwas und ich war dann immer so weg. Und ich habe irgendwie so eine theatralische Seite von mir, aber ich konnte das nicht wirklich dann zeigen. Und so bin ich dann so früh weg von zu Hause und dafür habe ich dann in die verschiedenen Städtchen in Frankreich in der Küche gearbeitet und in verschiedenen Ecken. Und dann war die Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte gerne tänzen, da war irgendwie so sofort ein Stempel auf den Kopf, irgendwie so, du bist dann schwul. Du bist dann 100% schwul, wenn du tanzt. Und ich denke so seit, post Billy Elliot, diese ganzen Dinge, gibt es dann nicht so viel, diese unangenehme Situation. Und es ist dann viel mehr akzeptiert, was man macht und sagt, was machen Sie beruflich, ich bin Balletttänzer, ja, aber was machen Sie tagsüber? Diese Zeit ist jetzt vorbei, das gibt es einen Respekt. Und wir haben immer noch so ein bisschen zu kämpfen, dass wirklich dann das Tanz so auf einem Niveau wie die Oper und Schauspiel. Aber das gehört irgendwie so dazu, diese Physical-Tanz-Situation. Aber wir haben so wirklich dann viel entwickelt in der letzten Zeit. Education ist viel besser geworden. Gibt es dann viel mehr, früher, man hat gesagt, wenn einer freie Stelle hat, so für ein Mädchen, es war easy. Und es war schwer, irgendwie so Männer so zu finden. Und jetzt ist das wirklich ganz anders. Dann gibt es dann so viele Männer und das ist dann auch diese Entwicklung von Straßentanz, von Urban-Tanz, von Hip-Hop und sowas, gibt es dann viel mehr Akzeptanz. Und das Tanz ist dann wirklich in eine gute Richtung gegangen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir arbeiten, ich habe auch jetzt ein Educational Unit in unserer Company. Das heißt, wir gehen draußen auf die Schule. Und wir bringen junge Leute viel mehr in das Tanz. Und ich sehe, das ist sehr, sehr positiv für die Zukunft. Ja. Zukunft ist ein Stichwort. Beim nächsten Teil unseres Gesprächs werden wir uns mit deiner Zukunft beschäftigen und vielleicht auch mit der Zukunft des Tanzes. Richard, du hast eine jahrzehntelange Erfahrung als Tänzer, als innovativer Choreograf. Du hast ein großes Netzwerk an Tänzerinnen und Tänzer, an Choreografen, an Künstlerinnen und Künstlern aufgebaut. Und jetzt, was machst du? Wie gehst du damit um, wenn deine Arbeit am Theater Basel der Spielzeit 22, 23 endet? Ich denke, es ist sehr, sehr interessant, weil ich habe dann, natürlich, man guckt ein bisschen auf der Pension an und sagt, okay, wie viel Geld kommt dann danach und sowas. Und man muss dann schauen und ich habe dann angeschaut und meinen ersten Vertrag habe ich dann untergeschrieben in 1974. Das heißt, ich bin seitdem in das Theater beschäftigt. Und da war ich immer, immer sehr beschäftigt aus Tänzer und dann aus Choreograf und aus Direktor und Choreograf. Und jetzt, nach so vielen, vielen Jahren, kommt dann die Möglichkeit jetzt, den Thron zu wechseln. So wirklich so jemand anderes die Chance zu geben. Und wir haben so gesprochen über Menschlichkeit. Und ich bin ein sehr menschlicher Direktor. Ich arbeite nicht mit einer Peitsche, überhaupt nicht. Immer mit Encouragement, immer mit Encouragement. Und die Möglichkeit, man guckt immer so der positive Zukunft. Und jetzt ist es Zeit, für mich zu denken. Ja. Ich habe meine Kinder sind jetzt, sind jetzt weg von zu Hause. Und keine in der Tanzwelt, keine im Theater. Ja. Und jetzt zu denken, was mache ich jetzt mit meiner. Und dafür habe ich dann viele Projekte auf der, soll ich sagen, auf der Hinterkoch, irgendwie so hingelegt. Im Hinterkoch. Ja, und dann jetzt, kann ich das jetzt machen. Ich würde dann in Amerika sehr viel machen. Ich habe ein Projekt, ich habe dann drei sehr erfolgreiche Stücke. Eine heißt Tevye, das war Musik. Das war eine Musik, Kletzme-Music mit Orchester. Ja. Und das haben wir hier sehr oft gespielt. Und wir dann jetzt in Amerika, in 2023, das war, wir fangen an, dieses ganze Projekt in Amerika. Fängt in Cincinnati an und dann geht auf die große Tournee in Amerika. Also du machst eine Tour in Amerika mit einer Company. Mit einer Company dort. Mit einer Company dort. Und dann ein anderer großer Erfolg ist dann Stehwitschen, Snow White. Und das machen wir in Tokio. In Tokio. In Tokio, in Japan. Und dann Heidi, das haben sie alle halt gelacht. Ich habe gesagt, wir machen eine neue Version von Heidi. Alle haben gedacht, das ist einer Blödsinn. Und es war der größte Erfolg seit langem hier in Basel. Man hat keine Tickets. Und diese Projekte wird dann auch in Korea, Sudkorea. Und ich bin auch dann hier der Co-Präsident von der Ballettschule hier in Basel. Das heißt, ich bleibe hier in Basel. Das ist mein Zentrum, das ist mein Zuhause. Mein Haus ist dann hier in Brausibad, Bubble Baths, wie man sagt. Brausibad. Ja, auf die Auschwieler Straße haben wir ein Haus gebaut. Und das ist für mich, aber Basel ist so ein Zentrum. Ich bin schnell weg und schnell wieder zu Hause, wenn kein Covid dabei ist und sowas. Das ist dann absolut. Und dafür, ich gehe nicht zurück nach England, nicht zurück nach London. Ich bleibe dann hier in Basel. Du bleibst uns also erheult. Absolut. Und ich werde immer noch ein FCB-Fan, trotz ich bin ein bisschen verärgert wegen der Spiele gestern. 2-0 gegen Lugano. Aber ich bin ein riesen Fussball-Fan. Und ein riesen Basel-Fan. Das freut uns sehr. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir danken dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch, Richard Warlock. Ich bin zu danken. Vielen, vielen Dank. Feuerober Bier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Der Treffpunkt – Les Tipeurs. Untertitelung des ZDF, 2020